so einen herzlichen willkommen zurück beim feuerwerk manja ja hab da was gestört jetzt mal hier mal raus rein hier auf workshop hier die hier einfach ein bisschen mehr rein einfach willkühlig alles schon feuerzeug ok das haus wurde hier steht kein haus mehr das haus wurde tatsächlich zur erde verarbeitet wie man hier schwer brennen kann kann man mit jedem haus machen quasi wenn ich jetzt nochmal die gleichen bälle hier nehme einfach einen Haufen hin mache das ist scheißiger nur ein haus oder zwei häuser viele häuser weiter weg jetzt mal auf die beiden häuser was eins zwei zwei da haben wir ganz ziemlich viel scheiße errichten da fliegen oder nehme ich spülen Dreck herbei so auf die Kirche ja ja ein bisschen ne ich glaube hier die Wände paar Wände natürlich auch mit und wo kommt die Wände her aber kommt nicht von der Kirche her eigentlich von der Kirche komm das ist Haus hier anscheinend alles naja das ist nämlich das ist vom Haus oder das ist weg das ist weg das ist weg mein Poto das ist noch in Ordnung ja definitiv also geknallt hat es ganz gut gut so hier stecken drückfassen in der Wand ich hab doch mal auf der andere Karte schon versucht da geht es leider noch nicht da ist ein bisschen unterschiedlich halb nur hier kann sein dass die Tankstelle auch noch gleich in die Luft fliegt die Hitze ja steigt das sind eigentlich so Sachen äh solche Häuser gar nicht in die Luft fliegen können da ist krass naja ist krass brennt ziemlich viel brennt gut ich hab's hier auch Dynamit also jetzt kack mal ein bisschen Dynamit noch hin ein paar Fässer Wie ist es? Ich habe das Bild jetzt eingefroren. Das war glaube ich ein bisschen zu hart. Da steht noch ein Haus, das liegt definitiv in Drümmen. Also das ist ein Erdhaufen, das ist, wenn wir sehr schnell ausmachen, wo da jemand ein Haus gestanden hatte. Das ist ja zu brutal. Ja, heute mal nichts mit der Kirche, aber trotzdem, lass mal die Kirche mal ein Dorf. Und dann würde ich mal sagen, das war es für die Folge. Euer Flutheil bis dahin und tschau tschau. Das war es für die Folge. Das war es für die Folge.